Und Finalkampf. Gewichtsgase muss 31 Kilo. Abdul Al-Khalaf gegen Jay Rahu. Jay, pass auf den Kopf auf, ja? Lara Soliman gegen Hiva Barri. Endfinale. Hoch! 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 Jay, alles ok. Jay, hoch, hoch. Ja, jaja, jaja, nochmal umdrehen, die wollen ein Foto machen. Ja, das ist der Hatschung, nein, das ist der Fall. Vielen Dank.